So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Was für ein fröhliches, total glückliches Intro, passend zum Thema. Denn es geht heute um mein glücklichstes Pokémon. Ich habe ja immer das, wenn ich ein Pokémon in den Raids habe, versuche ich ja ab und zu, wenn mir das noch als Hunderter fehlt, auf das Hunderter zu gehen und so viele Raids zu machen, bis das Hunderter kommt. Bei manchen Pokémon widerstrebt sich mir das aber, wenn die richtig schlecht sind und du hast keinen Bock, 800 Raids von diesem Pokémon zu machen, sondern sagst, du machst die XL voll, dann raidest du nicht mehr und versuchst dieses Hunderter über einen Glückstausch zu bekommen, über einen garantierten. Jetzt zieht sich das bei manchen total hin. Manchmal hast du nach 2, 3 Glücks-Trades das Hunderter und freust dich. Manchmal hast du auch nach 50 Glücks-Trades noch nicht das Hunderter. Ich möchte jetzt mal auf die Legendären gucken, die ich habe. Und wie viele Lucky-Legendäre ich von diesem Exemplar insgesamt in meinem Pokédex stehen habe. Manche habe ich nur einmal Lucky getradet vielleicht als Shiny-Lucky-Legendäres, damit der Hintergrund im Pokédex ausgefüllt ist. Andere musste ich öfters traden, damit ich dann auch irgendwann das Hunderter kriege. Ihr seht das gleich, wie ich das alles meine, denn mir geht es darum, wirklich zu schauen, welches ist das legendäre Pokémon mit den meisten Lucky-Trades und damit mein glücklichstes Pokémon, wenn man es so nennen will. Hier haben wir zum Beispiel Arctos. Arctos habe ich... Wieso habe ich denn jetzt Schillern hier eingegeben? Ich will ja gar keinen Schillern. Mach mal das Schillern raus. So, legendär. Arctos haben wir damals ein bisschen geradet. Ich habe nach dem Raiden noch keinen Hunderter gehabt, hatte die XL aber voll, habe dann durch den Tausch einen Hunderter Arctos bekommen. Und das relativ früh, denn Arctos hat gerade mal fünf Lucky-Trades insgesamt. Da ist aber das Hunderter dabei, da ist dieses Shiny Arctos dabei und da ist sogar dieses Galar Arctos dabei. Das heißt, neben diesen drei habe ich nur zwei andere Arctos je in meinem Leben getauscht und relativ früh kam das Hunderter an. Ich musste da auch nicht viel raiden. Fünf ist nicht viel. Wie sieht es aus bei Zapdos? Zapdos habe ich ein Hunderter, aber nicht durch einen Tausch, nicht in einem Lucky-Trade. Das habe ich aus einem Raid. Das muss mal zurückkommen, damit man da auch die XL voll machen kann. Und generell habe ich sonst, so wie es ausschaut, hier nur dieses Shiny Lucky Zapdos für den Hintergrund im Dex und dieses Gala Zapdos als Lucky. Deswegen haben wir bei Zapdos auch insgesamt wirklich nur zwei Lucky-Trades. Nur das Shiny einmal für den Hintergrund und einmal das Gala Zapdos, als das eingeführt wurde, für eins mit einem Glücksfreund, weil das eben was total Besonderes ist. Also noch weniger sogar. Wie geht es weiter? Wir brauchen jetzt Lava-Dos. Lava-Dos habe ich damals. Schlagt mich tot. Eins erlöst zu einem Hunderter. Kann ich auch noch nicht hochziehen. Fehlen XL. Ansonsten müssten wir hier unten ein Lucky Shiny haben von Lava-Dos und natürlich auch ein Gala-Lava-Dos. Das heißt, das sind zwei, die ich behalten habe. Insgesamt habe ich auch nur zwei gemacht. Seht mal, wie sparsam der Ramses ist. Und wie doof das ist, dass jedes Mal, wenn ich zurückgehe, es wieder bis unten ist. Lava-Dos ist bis jetzt also mein glücklichstes Pokémon. Mewtwo. Mewtwo habe ich geradet. Mewtwo habe ich ein paar Trades gemacht. Mewtwo habe ich dann aber geradet, als es da war. Die große Mewtwo-Schlacht. 783 Rades habe ich gebraucht, um ein 100% Mewtwo zu bekommen. Das war wirklich brutal. Da ist natürlich dann auch mal ein Lucky Shiny dabei, für den Hintergrund. Kann sein, dass das sogar das einzigste Lucky Shiny ist, was ich aufgehoben habe. Ansonsten habe ich hier noch andere Shinies, aber kein Lucky Shiny, oder? Nö. Habe ich nicht. Ich habe sogar ein 100er Rüstungs-Mewtwo. Wie viele Lucky Trades habe ich bei Mewtwo insgesamt gemacht? 17. Und es war kein 100er dabei. Das 100er habe ich mir erradet. Ihr seht hier 1205. Das ist auf jeden Fall auch brutal. Muss ich wieder runter, muss ich wieder runter. Das heißt, Mewtwo ist jetzt mein glücklichstes Pokémon. Mein glücklichstes, legendäres, was ich auf der Hand habe. Raikou. Habe ich bei einem Tausch ein 100%iges erhalten, für den XL zum Hochziehen. Und dann werde ich sicherlich hier auch das Shiny Lucky haben. Und insgesamt habe ich hier natürlich auch nur zwei draufstehen. Das 100er durch den Tausch und ein Shiny Lucky. Schon sind es genau zwei. Reicht also nicht, um Mewtwo von der Spitze zu stoßen. Vom Drohnen. Entei. Entei habe ich ein 100er geradet. Und damals habe ich ein Shiny Lucky. Wenn das so passt, könnte es sein, dass das das erste ist, wo nur ein 1 steht. Es ist wirklich nur ein Lucky Trade mit Entei. Das ist also das, was bisher am wenigsten ist. Kommt als nächstes Raikou. Suikun meine ich. Suikun. Ich habe noch kein 100er Suikun. Ich habe ein Shiny Lucky getradet. Wenn irgendjemand was hat, sage ich immer, ja, Suikun ist auch was, was mir als 100er fehlt. Falls einer das und das und das nicht hat, würde ich auch einen Suikun bei einem Glückstausch machen. Da Suikun aber nur 34 XL hat, müsste ich eh, wenn es zurückkommt, Rates machen, bis die ca. 300 XL voll sind. Und dann kann ja auf dem Weg dahin das 100er kommen. Also versuche ich nicht vorher, Suikun die ganze Zeit zu tauschen, bis es 100er ist, wenn ich eh dann noch 100 Stück machen muss für das 100er. Suikun insgesamt habe ich jetzt gerade aber schon 12. Würde ich aber eigentlich gar nicht erhöhen, die Zahl würde ich erstmal raiden, bis die XL voll sind. Und falls die XL voll sind und das 100er ist nicht da, dann kann man ja wieder Lucky Trades machen. So, 12, 12, 12, das andere war glaube ich 17, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Dann Lukia, Lukia haben wir auch geradet, haben wir 200er bekommen, haben hier ein Lucky, Shiny, das dürfte glaube ich alles sein. Das heißt, Lukia haben wir insgesamt drei Glücks, Rest habe ich aber weggeschmissen. Das nächste kommt, Ho-Oh, Ho-Oh, Hunderter, jetzt ganz frisch. Das letzte, was ich, den letzten Hunderterhand, den ich gemacht habe, 724 Rades für das 100er. Hier hat man auch Lucky Trade gemacht mit einem Shiny. Und hier hat man öfters mal einen Lucky Trade gemacht, weil man von Ho-Oh ja auch die XL schon voll hatte, deutlich voll hatte. Und man nicht hätte weiter raiden müssen, wenn es durch einen Lucky Trade gekommen wäre. Hat man also da oben ein paar, hier sind ein paar Shinies, hier unten ist noch ein Lucky, das dürfte auch ein 98er sein. Deswegen hängt das da so rum und sieht so aus. Ho-Oh, habe ich insgesamt 48 Lucky Trades. Das heißt, Ho-Oh ist ab jetzt mein glücklichstes Pokémon. Aber wir sind ja noch nicht fertig, wir kommen ja noch weiter. Nach Ho-Oh haben wir, Regirock, habe ich durch den Tausch einen Hunderter erhalten. Das war sehr schön. Habe mich gefreut, dass das letzte Sitz erst zurückkam und ich noch die restlichen XL holen konnte. Vorher immer ein 98er hatte. Hier haben wir auch einen Shiny. Hier haben wir einen Lucky Shiny, dürfte auch nicht viel drauf sein. 12 Stück. Ist mehr als gedacht gerade, aber ist an sich nicht viel, weil das andere war ja jetzt hier 48 oder so. So, Regirock 12, Regi-Eis ist wahrscheinlich kein Geheimnis. Ich sage die ganze Zeit, Regirock habe ich 100, Registil habe ich 100. Ich suche momentan Regi-Eis, weil da die XL schon voll sind, genauso wie Cabo Riqui, die XL sind voll. Wenn ich momentan was trade, ist es eigentlich immer Regi-Eis oder Cabo Riqui. Hier habt ihr ein Shiny, ein Shiny Lucky, hier habt ihr ein Lucky, hier habt ihr ein Lucky. Da habe ich also endlich aufgehoben, viele 98er dabei. 98er normal, 98er durch den Glückstausch, 98er Shinies. Wie viel habe ich insgesamt aber von Regi-Eis? 168. 168 Glücks-Trades garantierte, ohne das 100er. Das ist auf jeden Fall krass und ich glaube, das ist auch das meiste. Brauchen gar nicht weitergucken. Aber wen es trotzdem interessiert, was bei den anderen ist, der kann natürlich doch weitergucken. 168. Wenn das irgendwann fertig ist, mache ich natürlich mit Cabo Riqui weiter. Und dann halt je nachdem immer, von welchem ich die meisten XL habe. Weil das ist ja sinnvoll. Raidet nicht. Tauscht nicht was, wo ihr eh noch XL braucht. Tauscht lieber was, wo die XL voll sind, damit ihr nicht nochmal raiden müsst. Regi-Stil habe ich auch durch den Tausch das 100er bekommen. Da habe ich dann hier natürlich auch ein Shiny-Glücks. Habe ich hier ein Shiny-Glücks. Weil ich das ja eben als 100er wollte. Da habe ich auch gezielt getauscht, um das 100er zu bekommen. Und sind bei Riqui-Stil jetzt bei 11. Aber 11 ist auch relativ wenig. Dafür, dass man das gezielt versucht hat, öfter zu tauschen, um ans 100er zu kommen. Riqui-Eis setzt bis jetzt also alles außer Gefecht. Latias. 100er durch ein Raid bekommen. Shiny. Glücks-Pokémon bekommen. Hammer insgesamt 1. Ich habe nur ein Shiny rübergetauscht bei Lucky. Und ansonsten habe ich mit dem Ding nichts gemacht. Hat gereicht. Hatte das 100er ja eh schon. Wie sieht es aus bei Latios? Latios auch 100er am Start. Irgendwo hier ist ein Shiny-Lucky 2. Hier vorne habe ich also insgesamt mal 2 getauscht. Aber auch hier ist das 100er am Start. Kyokre. Haben wir einen 100er. Haben wir noch einen 100er. Haben sicherlich ein paar Luckys uns gegönnt. Haben Shinys. Haben auch einen Shiny-Lucky. Den ich auch zur... Dem ich die Prodomophose gegeben habe. Ähm... Ja, was... Können das... Soll ich jetzt raten oder was? Guck mal, ein GW Keiler. Ich tippe mal auf 15. Und wir haben... 2. Hä? Ich habe in meinem ganzen Leben nur 2 Shiny-Kyokre wahrscheinlich, glaube ich, getauscht. Eins habe ich aufgehoben. Also da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Aber okay. Kommen wir zu... Groudon. Groudon hat aber bestimmt mehr. Groudon haben wir auch. Das 100er. Was aus einem Raid kam. Dann noch ein 100er. Was aus einem Raid kam. Hier ist auf jeden Fall ein Lucky dabei. Hier ist ein Shiny-Lucky dabei. Äh... Dann sind noch ein paar Groudons und noch ein paar Shinys. Und ansonsten war es das. Gehen wir hier drauf und schauen. Bei Groudon auch 2. Was habe ich da gemacht? Nichts? Weil die tauschst du nicht. Die Raidest du. Weil du ja eh Bonbons brauchst. Und XL und alles andere. Und dann, wenn du auch mal ein 98er hast. Selbst das kannst du ja hochziehen. Und kannst das nutzen. Also so ist das nicht. Ja, aber nee. Das überrascht mich gerade selber. Dass das halt wirklich auch nur 2 sind. Raiquaza. Raiquaza haben wir ein 100er. Wir haben ein zweites 100er. Oder was ich noch hätte hochziehen können. Wir haben irgendwann mal einen auf jeden Fall Lucky Trade. Mit einem Shiny gemacht. Ja, der heißt Chilboris. Ansonsten habe ich wahrscheinlich alle anderen Luckys weggeschmissen. Da habe ich jetzt aber mehr. Da habe ich mehr als bei... Genau. Nämlich 3. Das ist 3. 3 Lucky Trades bei Raiquaza. Da haben einige bestimmt... 20 Stück. Ihr könnt ja dann mal reinschreiben. Auch in das Video. Welches euer legendäre Pokémon mit den meisten Lucky Trades ist. Im Pokédex. Welches ihr bisher am meisten garantiert Lucky getauscht habt. Das ist bestimmt eine interessante Frage. Hier. Sehr interessant. Als nächstes kommt nämlich hier. Selve. Selve normal geradet. Selve geradet bis zum Shiny. Selve einmal mit einem Glücksfreund getauscht. Da war es glaube ich so, dass ich gesagt habe, brauche ich nicht. Ich warte bis einer ein Shiny hat. Und den Mirror Trade. Also da dürfte auch nur eine 1 stehen. Steht aber eine 2. Kann ich nicht nachvollziehen. Selve. 1, 2. Vielleicht habe ich es, bevor ich das mit den Shinies gemacht habe, einmal so gemacht. Okay. Aber ansonsten, Selve ist nicht viel. Das müsste sich beim ganzen Sehntrio jetzt ungefähr so ziehen. Vesprit geradet normal. Vesprit geradet Shiny. Vesprit geradet Shiny Lucky. Und hier auch 2. Gut. Ja. Und Tobutz dürfte auch das gleiche sein. Ist voll schlimm, wenn ihr Augenschmerzen habt. Guckt lieber weg. Tobutz auch geradet. Geradet Shiny. Getauscht Mirror, Shiny, Lucky, Dings, 2. Ist dasselbe. Dialga. Kann ich gleich ein bisschen runterhüpfen. Dialga. Wir haben 100er Dialga. Genau. Wir haben Shiny Dialga. Wir haben Shiny Lucky Dialga. Ich drücke jetzt direkt drauf und wir schauen. Dialga 11. Ist auch nicht so viel. Ich glaube Dialga ist auch ein Pokémon, wo viele Leute viele Lucky Trades machen, um ein Gutes zu bekommen. Aber ich hatte ja direkt relativ früh mein 100er. Also habe ich dann keine Lucky Trades mehr damit gemacht. Die Lucky Trades sind bei mir gefühlt bei den schlechten Pokémon halt sehr hoch im Kurs. Sehr stark vertreten. Nach Palkia, äh, nach Dialga kommt Palkia. Hunderter am Start. Shiny. Am Start. Shiny Lucky am Start. Mit gerade mal 5. 5 bei Palkia, aber ist eigentlich auch nicht so interessant wie Dialga. Aber obwohl, da gibt es auch wieder verschiedene Meinungen dazu. So, jetzt hier runter. Hedran. Hedran haben wir 100er. Wir haben noch 100er. Wir haben noch 100er. Wir haben einen Shiny. Wir haben einen Lucky Shiny. Und insgesamt 24 Lucky Trades. Da war es auch ein bisschen mehr. Warum auch immer. Weil, habe ich getradet, weil ich einen 100er wollte. Und dann habe ich einen 100er bekommen. Gedacht, ich höre auf. Und dann habe ich so viele andere 100er auch noch hinterher bekommen. Das muss man nicht verstehen. Hedran auf jeden Fall hat auch ein bisschen was gemacht. So, hi-ha-ho. Hedran. Ähm. Riggi Gigas. Wir haben normales. Wir haben einen 100er Lucky. Wir haben einen Shiny Lucky von Riese. Mit 3 Lucky Trades. Insgesamt habe ich aber, glaube ich, 4 Hunderter von den Riggi Gigas. Aber macht man ja eigentlich nichts. Geratina mit Beinen. Haben wir 100%. Wir haben Shiny. Und wir haben Lucky Shiny. Da dürfte ich auch nicht so viel haben. Oh, 24. Aber nur, weil beide Formen zusammen zählen. Also haben wir hier dieses Lucky Shiny in der Form. Und die andere Lucky Shiny Form müsste auch mit dabei sein. Können wir euch einmal zeigen. Das ist nämlich das Besondere an dem. Ihr seht, hier ist ein Lucky. Hier ist ein Lucky. Da drüber ist hier ein Lucky. Hier ist ein Shiny Lucky. 100%. Und damit war ich damit eigentlich auch fertig. Und habe dann hier nichts mehr gemacht. Gresilja. Normal. Da fehlt mir auch ein Hunderter. Und dann hier ein Shiny Lucky mit 8. Das ist auch eins, wenn die XL voll wären. Was ich die ganze Zeit tauschen müsste. Wieder recht nutzlose Pokémon, obwohl Gresilja ja in der GBL-Anklang findet. Kobalium 100er ist am Start. Shiny ist am Start. Shiny Lucky ist am Start mit 1. Ich habe nur für den Hintergrund ein Shiny getauscht. Der Rest hat gepasst. Ich sehe schon, jetzt kommt Terrakium. Terrakium auch viel getauscht. Ich habe ganz viele Luckys hier dann auch aufgehoben mit relativ gutem IV. Ich habe ein Shiny dabei. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Hier auch ein Hunderter bekommen durch einen Tausch. Hier müsste irgendwo das Shiny Lucky sein. Hier haben wir 94. Terrakium hat auch ewig lange gebraucht, um dass da ein Hunderter bei rumkommt. Und dann ist durch den Tausch mit Matze das Hunderter gekommen. Und ich war mega froh, dass das endlich fertig war. Deswegen ist er jetzt hier Hunderter hochgezogen und heißt Matze. Viridium. Habe ich ein Hunderter? Ja, mir ist ein Hunderter mit Wetterbrust mal im Stream geflohen. Ich wusste gar nicht, dass es eins ist. Alle haben sich gefreut. Dann war ich angespannt. Dann ist es weg. Habe ich hier also auch Shiny. Habe Lucky Shiny. Habe dann auch gesagt, ich habe die Bongbongs schon lange voll. Damit ich das jetzt wieder als Hunderter habe. Weil das möchte man nicht raiden. Das möchte man nicht. Trotzdem 836 XL von dem Ding. Haben wir auch getauscht mit Trainer Sir Ups. Nach 17 gab es dann ein 100% Viridium. So. Was kommt nach Viridium? Boreos. Boreos zählt jetzt wieder beides zusammen. Wir haben einen Hunderter aus einer Raid Mania von der Einladung. The Postman. Wir haben das Hunderter. Ach, wir haben das Shiny Lucky, meine ich. Wir haben die Tiergeistform mit Blood in Tears getauscht. Lucky 100% auf Level 50. Damit ist also nicht nur das... Ja, damit ist... Ja, damit ist das Shiny Lucky da. Und insgesamt gab es hiervon 5. 5 Lucky Traits bei Boreos. Da zählen beide Formen, wie gesagt, wieder zusammen. Jetzt aktuell ist ja gerade Voltolos drin. Voltolos habe ich neben dem normalen, also ein Shiny Lucky Trait gemacht. Für den Eintrag. Und ansonsten habe ich von der Tiergeistform mehrere Shiny Lucky Traits gemacht. Und mehrere normale Lucky Traits, da das auch ein richtig gutes Pokémon ist, was man in 100% unbedingt haben wollte. Durch Patsch kam es dann und hat insgesamt 21 Lucky Traits gedauert. So, dann fehlt jetzt ja noch Demeteros. Weiß ich nicht, wo ist denn... Warum kommen die zwei und Demeteros ist immer extra? Regiram habe ich auf jeden Fall auch. Habe ich einen Lucky Trait gemacht in dem einen Video, da kam ein 100er bei rum. Richtig genial. Das war der erste Raid, den ich gemacht habe und habe die zwei geradet und nacheinander... Miteinander getauscht. Kam das. Am ersten Tag. Wunderbar. War man eigentlich fertig. Durch einen anderen Raid kam das. Und dann musste ich ja irgendwann das Shiny auch noch im Lucky Trait machen. Das heißt, hier dürften gefühlt auch nur zwei draufstehen. Ja, hier stehen zwei. Weil der allererste Lucky Trait war das 100er. Durch einen Raid kam noch ein 100er. Und dann hat man das Shiny irgendwann im Mirror Trade gemacht, sodass man von Regiram auch das 100er hat. Aber insgesamt nur zwei Lucky Traits damit. Dann müsste jetzt Zekrom kommen. Zekrom hast du auch. Ein 100er. Durch einen Raid. Hast hier einen Lucky. Und hast aber... Das war kein Shiny, oder? Ne. Hast hier einen Shiny Lucky. Weil ich einen 100er hatte, habe ich da, glaube ich, auch nur einmal garantiert einen Lucky getauscht. Als Shiny für den Hintergrund. Nö, hat acht. Habe ich achtmal getauscht. Habe ich achtmal getauscht. Alles war schlecht. Habe nur eins aufgehoben. Gut. Ihr seht, da bin ich selbst überrascht, was da alles so passiert hinter den Kulissen. Dann haben wir den Meteoros. Den Meteoros auf der Wolke. Den Meteoros Shiny. Den Meteoros auf der Wolke. Shiny Lucky. Den Meteoros Tiergeist. Plus Shiny Tiergeist. Erstmal durch einen Tausch mit Hannes in dem Video vom Community Raid. Durch einen Tausch das 100er bekommen. Habe mich gefreut. War fertig. Auch am ersten Tag nach dem ersten Raid. Mirror Trade gemacht. Das 100er bekommen. Irgendwann noch das Shiny also gemirroredet. Dürfte hier also auch nur eine 2 draufstehen. Hier steht 4. Ah. Warum steht da 4? Genau. Die Tiergeistform habe ich zwar als Hunderter getauscht und dann als Shiny getauscht. Aber die Inkarnationsform, die Wolke, habe ich ja dann auch einmal getauscht für Shiny Eintrag. Und vorher das Normale in der Hoffnung, dass das gut wird. Denn die Wolken waren ja vor den Tiergeistern da. Das ergibt schon Sinn. Dass das 4 ist. 4 lässt man noch durchgehen. Dass man jedes einmal irgendwie gemacht hat. Nachdem der Rotz kommt, kommt überhaupt noch was. Kijurim. Kijurim auch 100-100. Kijurim hier Shiny Lucky. Kijurim hat 8. Kijurim hat auch 8 Lucky Trades auf dem Buckel. Kijurim kam durch einen Raid dürftig gefühlt nur einmal Lucky Trades mit dem Shiny gemacht haben. Kijurim hat 7 Lucky Trades. Okay. Kijurim ärgert mich wieder. Kijurim und Eviltal. Eviltal. Hammer Shiny. Haben einen Shiny Lucky Trade gemacht. Und wir haben in einem Livestream mit Taubsy2go getauscht. Zwei Normale. Und es ist ein 100er Lucky dabei rausgekommen. Dürften aber auch nicht so viele sein. Sind 9. Sind damit mehr als erwartet. Aber reicht. Es sind auf jeden Fall nicht 90 und nicht 50 und nicht sonst was. Kaburiki. Da war man dann schon richtig in diesem Element drin. Dass man gesagt hat. Man raidet Kaburiki ein bisschen. Und wenn das Shiny released wird. Wartet man bis man einen findet für einen Mirror Trade. Um Kaburiki Shiny im Mirror zu kriegen. Dann hatte ich die XL voll. Ihr seht 382. Seitdem sagt man immer mal. Wenn jemand nichts hat. Gib mir halt ein Kaburiki. Sind hier jetzt bei 6. 6 ist überschaubar. 6 ist nicht viel. Viel. Kabo Kimme. Das 100er. Äh. Kabo Falla. Kabo Falla. Das 100er. Kam von Pyrokoga. Aus einem Raid. Wir haben einen Shiny gekriegt. Wir haben einen Mirror Trade gemacht. Da dürfte jetzt aber. Weil das ja vorher da war. Nur eins stehen. Hier steht 3. 3 Lucky Trades. Bei. Kabo Falla. Kabo Toro. Hm. Da habe ich nichts. Hoffe ich zumindest. Bei Kabo Toro. Gibt es ja noch nicht Shiny. Konnte ich also keinen Shiny tauschen. Um den Hintergrund glücklich zu machen. Dürfte bei Kabo Toro also eigentlich. Da steht 3 dort. Ich habe 3 getauscht. Und habe die direkt weggeschmissen. Ich habe noch nicht mal einen Lucky aufgehoben. Aber stimmt. Ich wollte ja trotzdem. Wenn was Neues da war. Dass wenigstens einmal Lucky Traden. Für den Hintergrund. Aber habe es dann trotzdem entsorgt. Das heißt selbst bei Kabo Kime müsste eine Zahl dort stehen. Kabo Kime. Haben wir kein Lucky auf der Hand. Shiny Lucky gibt es noch nicht. Und haben hier wenigstens den Dex Eintrag. Hinten. Vergoldet. Glückseins. Da passt es wieder. So. Ich dachte ja auch. Dass Kabo Toro und Kabo Kime jetzt dann noch kommen. Aber irgendwie haben die was ganz anderes gemacht. Solga Leo und Lunala. Beide Glückseintrag mit 1. So. Mehr hast du bei denen nicht. Habe ich auch beide nur einmal auf der Hand. War schwierig genug. Sackjahren gibt es noch nicht als Shiny. Habe ich relativ früh auch das 100er bekommen. Habe trotzdem ein Glücks. Dass der Hintergrund Lucky ist. Aber weil das Glücks schlecht war. Habe ich es weggeschmissen. Denn ich habe ja das 100er gehabt. Und Summer Sender können wir noch kurz schauen. Summer Sender bin ich jetzt bei 4. Glücks Summer Sender. Habe aber keins auf der Hand. Und Shiny gibt es ja eben auch noch nicht. Und hier Riggi Drago ist das letzte was irgendwie in die Rates kam. Riggi Drago habe ich ein paar gemacht. Habe ein Mirror Trade gemacht. Dürfte ich also auch nur eine 1 stehen haben. 6 gesehen. 6 gefangen. Ein Glücks Riggi Drago. Damit ist mein glücklichstes Pokémon. Riggi Ice. Riggi Ice ist mein glücklichstes Pokémon. Welches Pokémon ist euer glücklichstes Pokémon? Wo habt ihr das meiste? Wo habt ihr das wenigste? Schreibt es mal rein. Langes Video. Brutales Video. Aber trotzdem vielleicht interessantes Thema. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out Vorhaut. Euer Ramses.